Busfahren im Kreis Borken macht jetzt richtig happy, denn unser Regio-Bus-Takt hat drei neue Linien, damit Sie lückenlos und stündlich-pünktlich Ihr Ziel erreichen. Im Bus können Sie Ihre große Liebe kennenlernen oder cool in der letzten Reihe sitzen. Im Bus fahren Sie am allersichersten und immer mit Chauffeur. Und jetzt alle zusammen im Takt. Stündlich-pünktlich, der Regio-Bus-Takt im Kreis Borken. Stündlich-pünktlich, der Regio-Bus-Takt im Kreis Borken.